Eine gute Möglichkeit die Zornesfalten anzugehen ist Facial Cupping. Hierfür nimmst du ein bisschen Öl und einen Silikonschrubfer und massierst von der Mitte gerade nach oben und dann diagonal zu den Seiten. Das Cupping bringt Durchblutung und Wärme in diesen Bereich, sodass sich der Muskel entspannen kann. Auf diese Weise werden die Falten hier gemildert und verschwinden irgendwann auch ganz, wenn sie nicht schon sehr tief eingegraben sind. Denn Botox entspannt nicht, Botox lähmt. Entspannen können wir den Muskel schon selbst und zwar auf eine gesunde Weise. Alles was du für deine Schönheit brauchst, findest du in unserem Shop.